Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Gemüseburger mit Tofu. Der Gemüseburger mit Tofu zeigt deutlich, dass Fastfood nicht immer ungesund sein muss. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Vollkornbrötchen oder Hamburger Bands. Drei Esslöffel Remouladensauce oder ein Fertigprodukt aus dem Handel. Einige Blätter Kopfsalat. Tomate. Zwei Scheiben Tofu. Vier Esslöffel Vollkornmehl. Ein Ei. Fünf Esslöffel Paniermehl. Öl. Eins-Zwei Gemüsezwiebel. Zwei Esslöffel Kresse. Drei Esslöffel Creme Fraîche. Ein Esslöffel mittelscharfer Senf. Salz. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Einige Spritzer Sojasauce. Prise Zucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer. Schneidebrett. Toaster. Vier Schüsseln. Pfanne. Zubereitung. Die Brötchen halbieren und tosten. Je eine Hälfte mit Remoulade bestreichen. Die Salatblätter waschen und trocknen. Die Tomaten waschen, trocknen, den Stielansatz herausschneiden und in Scheiben schneiden. Die Salatblätter und die Tomatenscheiben auf je einer Brötchenhälfte verteilen. Das Ei in einer Schüssel verquirlen. Mehl in die zweite Schüssel und Paniermehl in die dritte Schüssel geben. Die Tofuscheiben erst in Mehl, dann in Ei und schließlich in Paniermehl wenden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Tofuscheiben darin schön braun braten. Die Zwiebel pellen und in Scheiben schneiden. Die fertigen Tofuscheiben auf die Brötchenhälften mit dem Salat legen. Die Zwiebel auf dem Tofu verteilen. Kresse darüber streuen. In einer Schüssel Creme Fresh mit Senf glatt rühren. Mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und Zucker abschmecken und auf die Gemüseburger geben. Die anderen Brötchen darauf legen. Als Beilagen eignen sich frisch gepressten Orangensaft. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!